Die ehemals freie Stadt New York wird das einzige ausbruchssichere Gefängnis des Landes. Alle Brücken und Wasserstraßen sind vermied. Innerhalb des Gefängnisses gibt es keine Wächter, sondern nur Gefangene. Wer erstmal drin ist, kommt nicht wieder raus. Weshalb hocken wir hier zusammen? Es gab einen Unfall. Ein mittelgrösser Jet ist mitten in New York City abgestürzt. Und dort befand sich der Präsident. Also, wo ist der Präsident? Und er sitzt beim Duke. Jeder Typ, der weiß, dass der Duke ihn hat. Ring frei! Sind Sie einer von Großen, um sie aufzuzittern? Ich bin Termins. Das ist mein Doppel. Das ist mein Doppel. Ich binherd und er ist mein Doppel. Vielen Dank.